Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei Horizon Zero Dawn und wir werden schon gesehen. No 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 no. Ja, in der letzten Folge haben wir ja auch endlich unser Tramplerherz bekommen. Hoppla. Ja, die Tasten muss ich noch wieder leeren. Ach, der nervt ja jetzt, nicht jetzt schon. Ich muss erstmal ganz kurz drauf schießen. Ich hoffe, das stört nicht. So. Ruhe. Hallo. Okay, jetzt hat es sonst niemanden weiter gestört, hoffe ich jetzt einfach mal. Ja, wir haben ja jetzt noch ein bisschen was vor heute. Und zwar erstmal das Ding hier looten. Ich komme echt nicht zum Sprechen. Furchtbar. Nee, wir, äh, was, äh, wo? Genau, wir hatten das Tramplerherz ja letzte Folge bekommen und waren auf dem Weg, diesen Heilers-Eid da, dem kleinen Mädchen im Lager zu helfen, was dieser dreckige, widerliche Heiler ja auch, oder, ja. Ist bestimmt noch nie mal ein Doktor oder was weiß ich. Ja, ihr nicht einfach heilen möchte, sondern erst gehen, nachdem wir ihm... Was wollte ich? Ich weiß gar nicht mehr, was er haben wollte. Ein Donnerkieferherz oder so? Ich bin mir nicht mehr sicher, was er haben wollte. Auf jeden Fall so... Okay, böse Blicke kriegen wir. Ich glaube, es geht darum, dass wir unsere, äh, Verteidigungs- oder unsere Rüstung hier anhaben. So. Du bist es. Sei gegrüßt. Hier ist jemand für deine Schwester. Wie hast du... Womit haben wir das verdient? Nein, warte. Ich will es gar nicht wissen. Sonst zieht ein Schatten vorbei und es ist weg. Kluger Junge. Er wird sich jetzt um sie kümmern. Nicht wahr? Wenn man mich nicht weiterhin ablenkt, ja. Töte ihn. Na gut, also töte ihn gleich, also. Das hätten wir in der letzten Folge ruhig echt noch machen könnten, oder? Danke. Nochmal, dass du das für sie getan hast. So viel Aufregung an meinem freien Tag. Okay, das hätten wir wirklich noch in die andere Folge reinmachen müssen. Wie heißt sie? Shiana. Ich kannte mal eine Shiana. Sie sang in der Taverne. Kann deine Schwester gut singen? Ähm. Sie mag Ballspiele. Sie will Soldatin werden. Ein Jammer. Widerlicher Idiot. Okay, ich hoffe, die haben jetzt genug geredet. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht nochmal zurückrennen. Gut. Energiezellen. Ja. Ich habe herausgefunden, oder nochmal nachgeguckt, wo Schöpfer's End ist. Da. Es ist ganz hier oben, wurde mir nochmal gesagt. Ich würde sagen, wir. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob wir da die Energiezelle vergessen haben. Auf jeden Fall müssen wir ganz, ganz, ganz. Ganz, 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 ganz nach oben. Also ganz nach oben. Also wirklich ganz nach oben. Also. Ne? Ganz nach oben. Ich hoffe wirklich, das ist die. Ansonsten müssen wir wirklich alle nochmal abklappern. Und das wäre so richtig so. Naja, vielleicht, vielleicht haben wir sie ja. Und dann können wir uns endlich, 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 endlich die super, äh, duper tolle Rüstung holen. Mit der wir überhaupt keinen Schaden mehr erleiden sollen. Und was weiß ich alles. Habe ich zumindestens gehört. So. Ja, genau. Das war Schöpfer's End. Ja, genau. Schön. Gut, dass mir das nochmal gesagt wurde. Vielen Dank. Und. Jupp. Jetzt. Müssen wir nur sehen, wie wir da irgendwie reinkommen. Wie komme ich denn da jetzt rein? Ich glaube, ich bin, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg, oder? Das sieht doch, das sieht doch einigermaßen richtig aus. Ja, das sieht, das sieht, das sieht verdächtig richtig aus. So, aber wie komme ich, muss ich, kann ich, gibt es schnellere Weg nach oben? Ich glaube nicht. Kampfrolle. War es richtig? So, mich nervt erstmal dieser blöde Quest hier. So. Kann ich richtig auf die Garte gucken. So, wir müssen, wir müssen irgendwie da rein. Ich glaube, von da an. Ja, ich glaube, ich kann mich auch überhaupt nicht mehr daran erinnern. Vorratskiste. Boah, haben wir schon gelootet. Okay, wir waren hier schon mal. Wir haben hier schon mal gelootet. Aber ich dachte schon, da komme ich nicht weiter, aber da ist so ein Pröbel. Damit springe ich. Hopp. Ich hoffe, wir finden da schnell rein und ich... Oh Gott, bitte. Vorratskiste. Ich war hier noch nicht. Alter, das war... Das hat sich gelohnt. Zwei Lohe. Genau deswegen bin ich ja auch hier. Wegen nichts anderem. Nur wegen der Lohe. Vorratskiste. Alter, Lohe. Noch mehr. Das wird immer besser. Hier hatten wir, glaube ich... Ja, stimmt. Hier hatten wir gegen den ersten Todbringer gekämpft. Ja, ja, genau. Ich entsinne mich ganz, ganz allmählich. Ganz langsam. Ganz, ganz gering. Wie hier richtig? Sieht total falsch aus. Zwäng dich durch die Lücke. Was? Hä? Was? War das schon immer da gewesen? Scheinbar. Ich musste mich durch eine Lücke zwängen? So, irgendwie nach oben. Irgendwie nach oben. Irgendwie nach oben. Ah. Hab alle Butsche gemacht. Ich wollte eigentlich nach oben und nicht nach unten. Aber ich glaube, hier geht es nicht höher, ne? Kann sein, dass es hier nicht höher geht. Oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, das wird jetzt keine Irrfahrt bei mir. Meine Güte. Hat heute wieder was. Gleich ein Kratzen im Hals. Wunderbar. Möchte ich das mal nennen. So. Ich versuche, es so schnell wie möglich zu schaffen. Es ist quasi ein Speedrun hier. Speedrun durchschöpfer's End. Ja gut, könnte... Ja, ich gebe es zu. Es könnte schneller sein. Ich gebe es zu. Es könnte schneller sein. Es ist nicht ganz so speedig gewesen. So, hier. Hier haben wir doch... Hier geht es doch hoch. Sehr schön. Jetzt kommen wir... Bestimmt nicht ganz bis nach oben. Aber wir kommen auf jeden Fall schon mal hoch. Hey, hier ist noch was. Looten. Alter Lohe. Ich sage ja, wir sind wegen der Lohe hier. Glaub mir ja, Gena. Kurz auf die Karte lugen. Irgendwie nach da an. Können wir hier durchzwängen? Nö. Wider sein können. Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ganz oben. Ganz oben in dem Büro. Oh, 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 oh. Ganz oben im Büro soll's sein. Aber... Vielleicht muss ich doch hier runter? Oh Gott, oh Gott. Ah. Komm nicht grad... Ja. Nein. Ich glaube, wir waren hier, ne? Nee, nee, nee. Speedrun. Ich sag's euch. Speedrun. Ah, ich hab mich verlaufen. Hilfe. Hilfe. Polizei. Ich weiß doch nicht, wo ich bin. Einmal mit Profis arbeitende. Das wär was. Okay, auf ein neues. Hier geht's hoch. Nee, doch nicht. Naja, naja. Hätte das sein können. Und jetzt... Hier. Ich hab nicht komplett... Ich... Ich geh hier voll... Planlos durch die Gegend. Ich geb's zu. Ich geh hier wirklich planlos rum. Geht's denn jetzt hier... Lang? Hallo? Hier. Ah, hier. Ah, Gott sei Dank. Ah. Ich hab ja noch als Vollhorst hier rüber. Lohe. Endlich. Sicher gelohnt, dass wir hier nochmal hingegangen sind. Ah. Verdammt. Ich komm hier nicht weiter. Da. Da glaub ich. Ah. Hilfe. Ich bin im Nirgends. Ich bin im Nichts. Mädchen. Hopp. Äh. Okay. Äh. Ich bin... Ich bin... Ich bin echt hoffnungslos überfragt. Nein. Nein. Mädchen. Böse. Wir haben's so. Ich glaub so. Ich hab... Ich hab selbst überhaupt keine Ahnung. Es erschließt sich mir ne... Mädchen. Genau. Genau. Braaves Mädchen. Ist das richtig? Ich hab keine Ahnung. Da fallen trotzdem noch Steine runter. Das ist unfassbar. Oh, hier geht's hoch. Meine Leiter. Na, das ist auf jeden Fall ein Weg, den wir noch vor uns haben. Aber, wir haben jetzt einen Aufzugsschacht. Der hilft uns auf jeden Fall schon mal, ein bisschen höher zu kommen. Hallo? Das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. So, darüber. Denn voraussichtlich hier. Angst. Warum macht es... Warum macht es das? Das ist ein Kabel. Ich dachte, was ist das denn hier blaues? Ganz oben soll das liegen. Ich hab selbst... Leider in meiner grenzenlosen Genialität... Natürlich nicht nachgeguckt. Ich hab nur geguckt, wo Schöpfers End war. Ja, ich hoffe, das wird mal nicht zum Verhängnis. Mehr kann ich nicht tragen. Kann ja nicht sein. Mädel. War das hier richtig? Ist es richtig aus. Hier ist es auf jeden Fall so ein gelber Böbel. Ich hoffe es, ich hoffe es. Ganz oben. Na komm. Halt dich fest. Ganz oben. Und wenn wir den da jetzt nicht finden... Dann bin ich nachher der Meinung, dass es der nicht ist. Und wir gucken alle anderen nach. Und nachher ist er das. Denn... Ja. Hoffen wir das Beste. Hoffen wir einfach... Das Beste. Was machst du, Mädel? Hat irgendjemand befohlen, dass du runterklettern sollst? Geräusche. Was ist denn die Klettertortur? Wirklich? Kalt. Kletter dich warm. Mach dir warme Gedanken. Mach irgendwas. Ich will selbst mich ein bisschen umgucken. Weil ich natürlich selbst auch gar keine Ahnung hab. Aber wir können ja vielleicht auch unseren Fokus dann nutzen. Ganz oben. Und das wird vielleicht helfen. Oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht zeigt er uns denn da irgendetwas an. Oh Gott, bitte. Da. Es ist. Vorratskiste. Ist ja sonst noch was. Hallo? Da glaube ich. Jump. Wie Tom Rider damals. Und da durch? Ah, wir sind zu fett. Jetzt befürchte ich, ich hätte mir eine schlankere suchen sollen. Metallscherben. Kann man immer mitnehmen. Jetzt da runter? Nee, oder? Nee, oder? Nee, da. Alter, das war jetzt schon ein bisschen peinlich. Okay, das war jetzt wirklich peinlich. Also da muss ich sagen, das war jetzt wirklich peinlich. Sehen wir vielleicht schon irgendwas. Vorratskiste. Mäh. Hallo? Ich weiß, ich gucke mich jetzt erstmal gerade ein bisschen um. Ich weiß, es wird auch angezeigt werden, aber... Trotzdem. Man kann ja nie wissen. So, wir sind ganz oben. Da oben waren wir aber nie gewesen. Oh, ich glaube hier, das ist wirklich das, was... Ich glaube da, 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 da... Da, da ist es. Nein, ist es bestimmt nicht. Nee. Aber es geht noch höher. Wir müssen ganz nach oben. Ganz nach oben. Ganz nach oben, ganz nach oben, ganz nach oben, ganz nach oben. Da bin ich... Hier bin ich... Nee, hier bin ich nicht langgeklettert. Ich hoffe es. Oh, bitte, lass es da oben sein. Hopp und hopp und hopp und hopp und hopp und hopp. Und das sieht sehr gut aus. Sehr schön. Unsere letzte Energiezelle. Sehr geil. Sehr schön. Haben wir unsere letzte Energiezelle bekommen? Schön. Abseilen. Und... Ciao. Hahaha, cool. Jetzt können wir uns endlich die Rüstung holen. Oh, ich... Weißt du was? Ich... Ich tele mich da mal hin, ne? Darf ich nicht schon noch was? Müssen wir erst hier runter, oder was? Na gut. Der schnellste Weg runter ist... Ja, irgendwo da vorne, oder? Ich weiß nicht. Können wir uns hier irgendwo abseilen? Oh Gott, ich würde den Weg nicht laufen. Erstmal ist hier nur eine Vorratskiste. Sehr schön. Cool. Ich meine, hier konnten wir uns, glaube ich, abseilen. Naja. Und tüs. Ja. Letzte Energiezelle. Au, 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 au. Meine Hände. Meine Hände. Sie brennen. Hallo? Ah, 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 ah. Hallo? Ah, da geht's lang. Wuhu. Au. Buhu. Hey. Können wir wenigstens noch mal alle Metallscherben einsammeln? Wir brauchen sie nicht, aber wir können's machen. Kann ich immer alles gebrauchen im Leben, ne? So, da können wir uns noch mal wieder abseilen. Und dann sind wir, glaube ich, schon raus, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir sind schon raus. Ich glaube, es zählt jetzt schon nicht mehr. Ja, sehr geil. So, die Rüstung. Da. Bunker. Hihi. Was ist das? Ich freue mich, muss ich sagen. Ich freue mich. Schnell. Lade Bildschirm. Schnell. Mach hin. Ich hab doch alle Energiezellen. Also, die kann man wirklich definitiv dann erst bekommen, wenn man das Spiel durchgespielt hat, die Rüstung. Oder kurz davor, es durchgespielt zu haben, oder so. Weil die letzte Energiezelle ist ja auch schon. Nur da, wo du dann erst später hinkommst. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. In Gaia. Genau, in Gaia, glaube ich, war sie, ne? Ich glaube, sie war in Gaia gewesen. Und ich glaube, da kommst du erst rein, wenn du dann auch wirklich so weit bist. Ich glaube nicht, dass du da vorher rein kannst. Das bezweifle ich ganz stark. Ich hoffe nicht, können wir die auch noch irgendwie updaten oder so. Weißt du, dass man da so ein paar Flicken rein macht. So. Le Bunker. Le. Bunker. Le Bunker. Le Bunker. Da. Hui. Platsch. Können wir noch mitnehmen. Ach, wobei, ich scheiße auf den ganzen Kram. Ich will jetzt meine Rüstung haben. Was ist denn hier hinten los? Ich meine, wirklich, was ist hier hinten los? Was ist denn los hier? Ach, hier wird gekämpft. Schön. Dann kennen wir uns jetzt ja. Nö, kennen wir uns nicht. Heile pflanzen muss ich trotzdem immer mitnehmen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich fühle mich ja selbst sehr schlecht dabei. Heile pflanze. Das nehme ich doch mit. Hopp. 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 So, unendlich. Könnten wir uns einfach fallen lassen? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Ich mach das mal lieber nicht, wa? Ja, einfach fallen lassen ist vielleicht nicht immer die beste Methode. Ja, da toll. Ja gut, nee, das war natürlich geplant. So wie zum Thema ist nicht immer die beste Methode. Da ist die Rüstung. Da ist die Rüstung. Da ist sie. Yeah, da ist sie. Du fielst du nervös. Das springt doch glatt. Ich weiß noch nicht mal, was das war. Ja. Na klar, gibt es. Oh, sogar Spinnenweben. Schön. Wenn wir diesen Mechanismus hier hinten. Reparieren. Nicht hinhocken. Reparieren. Nur noch eine. Und reparieren. Sehr geil. Das war's. Die letzte. Es ist eingeschaltet. Jetzt müssen nur noch die Schalter richtig stehen. Es muss eine Art Code geben. Äh. Verdammt, es gibt Codes. Diese Zahlen. Die müssen mit den Abschnitten eines Kreises zusammenhängen. Nein, ich kann noch kein Mathe. Jetzt sag ich mal ernst, aber ich kann kein Mathe. Hahaha. Äh. Verdammt. Jetzt wirklich, ich bin... Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Nein, ich stehe auf dem Schlauch. Hahaha. 90. 90 müsste ja... Ne, 90 müsste... Einmal gedreht sein, oder? 90 müsste so sein. Es beginnt mit 0 und dann 90. 180. Alter, ich stehe voll auf dem Schlauch. 270, ja. 90. Oder so ein... Oder so ein... Ah, nein! Ich hänge total fest. Nein, scheiße. Ah, peinlich. Peinlich. Hahaha. Warte, ich... Hahaha. Okay. Man sollte nicht direkt nach der Arbeit aufnehmen. Ich hänge gerade wirklich total fest. 90. Ne, warte. Nein, ich hänge voll fest. 90. 180 ist da. 270. 360. Äh, 450 ist dann... Warte. So, da ist noch einer. Ja, war gerade kurz verwirrt. Äh, 360 ist eine Kreisumrundung. 450 ist dann einer links. Äh, einer rechts. Der andere war... 630. Müsste das sein. Oh, bitte. Oh, Gott sei Dank. Dann will ich mir mal die Rüstung darin ansehen. Oh, Gott. Das wäre so peinlich gewesen. Ich will sehen, was sich mit diesem Material anfangen lässt. Yeah, wir kriegen unsere Rüstung. Hahaha. Geil. Und weg. Sehr geil. So, schnell. Raus hier. Raus hier. Raus hier. Ich muss sie draußen anziehen. Ich muss das doch... Ich musste mir gut angucken. Hui. Kampfrolle. Platsch. So. Sehr schön. Jetzt haben wir auch die Schildweberrüstung. Sehr nice. Ah. Ja, stimmt. Ich erinnere mich, das war hier recht nervig, weil hier immer wieder... ...hin stellen. So, soweit ich weiß, konnten wir hier raus, ne? Ah, vielleicht täusche ich mich auch wieder. Ah. Es wird dunkel. Ich will nicht, dass es dunkel wird. Ich will sie mir im Hellen angucken. Nein, ich hasse das Tageslicht hier. Ich hasse Tageslicht. Also hier. Also, ich hätte gerne Tageslicht. Also, nein. Warum muss es immer dunkel sein, wenn ich was machen will? So. Egal. Runter. Hui. Wir gehen da zum Feuer. Hier zum Feuer. Da ist es hell. So. Anziehen. Anziehen. Schatzkiste? Ja, genau. Schatzkiste. Yeah. Schildweberen-Outfit. Alte Technologie... Was? Ne, das ist ja doch gar... Ist das die? Die sieht ja gar nicht so aus. Baut ein schabensabsorbiertes Kraftschild auf. Braucht nach Abbau Zeit zum Aufladen. Geil. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre irgendwie ein bisschen epischer. Aber irgendwie habe ich mich täuscht. Ja, wir haben... Wir haben's. Wir haben's. Wir haben die Ausrüstung auf jeden Fall bekommen.